Was sind alle guten Dinge? 3, 2, 1, go! Hallo und wirklich, wirklich herzlich willkommen zu Das ist kein Fußball. Ein Podcast, der sich meistens um Fußball dreht, manchmal auch um andere Sachen, die wir mögen. Wir sind der Joey, mein wunderschöner, kongenialer Partner und ich, der Pauli. Und für alle Video-Zuschauer, schaut auf mein Shirt, das ist die Mood, würde ich sagen, für die heutige Folge. Weil das Wochenende war ja doch etwas anstrengend. Wie geht's dir? Fangen wir mal damit an. Also für alle Zuhörer, auf deinem Shirt steht Euder, was auf gut österreichisch Alter heißt. Sondern viel, ein sehr variabler eingesetzter Begriff ist, aber in dem Fall soll es Frustration ausdrücken. Genau, ja. Wie geht's mir persönlich besser als gestern? Gestern war ich doch kurzzeitig sehr frustriert, aber heute bin ich quasi ein anderer Mensch. Sehr gut. Quasi, ich will mal wieder mit etwas beginnen, mit einem Fun-Fact quasi, bevor wir rein starten. Und weißt du, warum Fiaka Fiaka heißen? Nein, tatsächlich nicht. Also irgendeine Idee, ein Shot Fiaka. Ich weiß nicht, vielleicht hat man Fieren für Führen und Karren. Ja, das wäre auch mein Tipp gewesen. Das ist irgendwie so, ein Pferd ist am Acker und du führst deinen Acker um und um oder irgend so was. Weißt du, wie viele, dass es klar geregelt ist, dass ein Fiaka immer zwei Pferde braucht? Wahrscheinlich, also habe ich mir denken können. Es gibt auch einen Einspann, aber dann bist du kein Fiaka mehr. Okay. Auf jeden Fall heißt es angeblich so, weil es benannt ist nach einer Straße in Paris, der Rue de Saint-Fiacre, wie auch immer man das ausspricht. Also man schreibt es F-I-A-C-R-E. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie man das auf Französisch ausspricht. Und die Habsburger Monarchie sehr geil einfach auf Französisch war und irgendwie dort das Heer hatte. Und darum heißen es bis heute Fiaka in eigentlich allen Ländern der ehemaligen Habsburger Monarchie. Also in Ungarn heißt es Fiaka, in Tschechien heißt es Fiaka. Wild. Fast so geil, wie warum die bayerische Flagge blau-weiß ist. Nein, die griechische. Spoiler. Die griechische ist blau-weiß? Wegen der bayerischen. Ah, wirklich? Ja, weil irgendein bayerischer Kronprinz irgendwann, glaube ich, im 19. Jahrhundert Richtung Griechenland geheiratet hat. Und dann ist so ein extremer Griechenland-Hype auch ausgebrochen in Bayern. Deshalb schreibt man Bayern auch heute mit Y und nicht mehr mit I, weil das praktisch ans Griechische anlehnen soll. Und die griechische Flagge ist von Bayern inspiriert. Okay, Ork. Wild, gell? Das wusste ich auch nicht. Schau, zwei Funfacts zum Schad. Kann ich noch einen letzten raushauen. Alle guten Dinge sind drei. Weißt du, von welcher Mannschaft Juventus sein ikonisches Schwarz und Weiß hat? Nein. Notts County. Auch wild. Die haben nämlich die erste Dressgarnitur den damaligen Jungen, also Juventus, den Jungen aus Turin gesponsert. Krank. Und die alten Dressen waren halt wie die Farben von Notts County, Schwarz und Weiß. Hat, glaubst du, damals Juventus Turin auch schon liebevoll die alte Dame geheißen? Nein. Seit wann, glaubst du? Also wie lange muss ein Fußballklub bestehen, dass er sich die alte Dame nennen darf? Ich sag mal 60, 70 Jahre. Okay. So, ab wann ist eine Dame alt, würde ich mal sagen. Das wäre so meine Herleitung, meine Lösung des Dilemas. Circa Pensionsalter, also. Ja, so sag ich, 60. 60, ja. Vielleicht ist es mittlerweile 70 ja schon. Ja, in Zukunft. Ich glaube, es ist mittlerweile 65. Nein, nein, nicht das Pensionsantrittsalter, sondern dass du einer Dame wirklich sagen könntest. Susan Oet. Susan Oet, Schachtler. Okay, dann gehen wir in den Fußball rein. Ich nehme gleich etwas, was wir letztens unterschlagen haben und ich zumindest finde erwähnenswert ist. Athletic Bilbao hat den Copa del Rey, den spanischen Pokal gewonnen, nach 40 Jahren einen Titel und die gegen Mallorca im Elfmeterschießen dann gewonnen. Und die Titelfeierlichkeiten sind wirklich riesig in Bilbao. Und das war eigentlich letztes Mal schon News und wir haben es einfach nicht erwähnt. Das ist krass, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Also es ist wirklich gerade das allererste Mal, dass ich das höre. Und ich hätte mir schon irgendwie gedacht, dass ich den spanischen Cup vielleicht über Instagram oder irgendwas mitbekomme. Also es war riesig, also wirklich, also mit Booten sind sie da über welchen Fluss auch immer durch Bilbao. Doch, das hast du mir geschickt, das habe ich gesehen, ja. Und das Schöne ist halt, dass die zwei Williams-Bruder, Iñaki und Nico, zusammen das geschafft haben. Geil. Ich bin ja kein großer Fan von Athletic Bilbao, ich finde dieses nur Basken. Ja, ich tue mich schwer. Irgendwie finde ich es cool, aber irgendwie finde ich es auch, also halt, das ist schon sehr nationalistisch irgendwie, so vom Gedanken her. Also ja, wir nehmen keine Ausländer so auf die Art in unser Team. Aber auf der anderen Seite finde ich es halt auch spannend. Obwohl es ja gar nicht, so ist es ja dann auch nicht, weil Iñaki Williams und Nico Williams, ich weiß nicht, ob die dort geboren worden sind. Da sind wir eigentlich ghanaischen Ursprung. Also ich weiß nicht, wie es genau läuft. Auch das Baskenland geht ja nach Frankreich rein und so. Aber ich denke mir halt, wenn du das jetzt anders machen würdest, würdest du dir schon schneller mal anhören müssen, oh, das ist ein bisschen racist, was ich hier treibe. Ja, so wenn ein Team nur Österreicher bei uns jetzt nehmen würde, zum Beispiel. Ich meine, du würdest kein Erfolg haben damit. Weil die Grubers, die Grubers, Kasimir, immer noch keine guten Kicker sind. Immer noch nichts hast du gemacht, gell? Ja. Aber was ich bei Athletic Bilbao halt wiederum spannend finde, ist, dass die halt echt über Jahre hinweg eigentlich ziemlich stabil spielen, obwohl sie halt sich eigentlich selber mit ihrem Spielmaterial so einschränken. Das stimmt, gell? Deshalb finde ich es halt eigentlich ganz arg auch. Ja, es wird halt aber auch sehr romantisch gesehen und ich finde halt, wenn du das jetzt, keine Ahnung, wenn irgendein Deutscher Verein sagt, wir nehmen nur Deutsche und kein anderer darf da rein, würdest du dir schon denken, aha. Wir nehmen nur Sachsen. Bisschen strange, gell? Also ich weiß ja nicht. Ja, crazy. Aber ich würde sagen, bevor wir auch uns dem widmen, warum für uns das Wochenende zah ist, fangen wir, würde ich sagen, mit einer schönen Sache an, die gestern passiert ist. Wir haben es am Sonntag in unserer Instagram-Story schon ein bisschen anklingen lassen. Das stimmt, ja. Der Joey, mein kleiner Bub, hatte seinen großen Moment und war am Stadion, also am Feld im Stadion, im Weststadion. Ich hätte sogar, wir haben erzählt von meinem Wien-Heute-Auftritt, oder? Von Johannes Bartel. Oder war das auch letzte, das ist auch letzte Woche gedroppt, am 9. Das müsste dann nachgewiesen sein, weil dann habe ich zwei große Momente. Dann hattest du zwei große Momente. Fangen wir trotzdem mit dem Insta-Story-Moment an. Ja, okay, okay. Man hat es ein bisschen gesehen, glaube ich. Es war relativ schwierig. Du bist nämlich sehr, also bist gegenüber, auf der gegenüberliegenden Seite praktisch. Aber ich war der Amnächstplatzierte zu euch. Das stimmt. Also man hat, ich habe dich sofort erkannt aus der Entfernung. Was ich aber nicht ganz gecheckt habe, ich habe gedacht, du gehst halt praktisch mit den Spielern raus. Und dann ist mir aufgefallen, du stehst schon im Feld. Und dann war ich so, okay, sorry, sorry, sorry. Erzähl mir was. Also ich habe die Ehre bekommen, das Rapidwappen aufs Feld ein bisschen zu ziehen. Es lag schon dort und man musste es halt rausklappen und dann hochheben. Und dann während der Hymne so ein bisschen flackern. Man hat wieder mal gemerkt, ich bin Läufer und kein Gewichtsheber, weil ich habe absolut keine Kraft in den Armen. War es anstrengend? Es ging, es war vor allem anstrengend, weil der eine Typ, der neben mir stehen sollte, irgendwie Seite gewechselt hat. Und dann ist es da so urdurchgehangen, wo er halt stehen hätte sollen. Ich habe keine Ahnung, wieso er das gemacht hat, aber es ist halt so. Die Spannung hat dann nicht gepasst und es kommt sich auch ein bisschen komisch vor, während du das machst. Aber es ist ganz geil, weil du gehst halt so über das Spielfeld mehr oder weniger und am Rand, da werden die Leute auf. Man hat es in der Insta-Story ganz gut gesehen. Und man sieht dann von diesem Stadiongrund halt aus. Die ganze Menge, du siehst den Block Weste, der singt. Du hörst irgendwie Kinder kreischen und alles mögliche. Das ist schon sehr cool. Imposant? Ja, es ist sicher imposanter, wenn du das gegen die Austria machst. Also es war gegen die Austria aus Klagenfurt, aber gegen die Austria aus Wien, meine ich natürlich. Vor allem, weil halt ausverkaufte Hitten da wären. Ich glaube, mit 19.600 war das für die Unattraktivität des Gegners eigentlich gut besucht. Ja, es war jetzt auf alle Fälle nicht leer, das Stadion. Aber es ist halt auch keine, das ist ja nicht nur nicht ausverkauft, sondern einfach auch keine aufgehitzte Stimmung, wo der Block West schon drei Stunden davor singt oder so. Also es war sehr cool, es war eine coole Erfahrung. Es war auch cool, so nah irgendwie am Geschehen, am Rasen zu sein. Das ist schon crazy. Sie haben ein bisschen einen Fehler gemacht, weil sie haben halt gesagt, okay, teilt euch auf. Die einen heben das alte Wappen und die anderen das neue Wappen und die liegen so und so da. Und ich war im Team neue Wappen, weil es mir wurscht war. Und manchmal so, ich will nur das alte, ich will nur das neue. Mir ist scheißegal, weil du hebst eh nur so eine Plastikplaner, ist ja egal. Und auf jeden Fall lachen die verkehrt herum. Also nicht dort, wo sie uns gesagt haben, dass das alte ist und dort, wo das neue ist, sondern genau andersherum. Und das ist die Leute, die unbedingt ihr Wappen haben wollten, haben es nicht bekommen. Hast du irgendein Goodie oder so noch dafür bekommen? Ich hätte mir irgendeine Urkunde bei Kasse 1 abholen können. Okay, war dir egal. Ja, brauche ich nicht wirklich, was mache ich damit? Warst du im Spielertunnel oder seid ihr woanders raus? Nein, wir sind von der Seite gekommen. Wir sind auf der VIP-Tribüne gesessen, quasi auf der Press-Tribüne, bist du ganz nah bei Sky gewesen. Und es war sehr gepolstert, was sehr angenehm war. Aber ich müsste mir von dort jetzt kein Spiel anschauen. Verstehe ich. Außer vielleicht beim ÖFB-Cup-Finale. Sollten wir. Okay, das nehme ich jetzt vorweg. Unsere letzte Folge ist in einem Fiasko geändert. Wir haben keine, bis jetzt, stand jetzt, keine ÖFB-Cup-Final-Tickets. Wir werden heute noch ein Mail schreiben an den ÖFB-Untern Rapid, ob man das irgendwie als... Keine Hass-Mail wohlgemerkt. Keine Hass-Mail. Keine Hass-Mail. Als erfolgreicher Podcast in die Presseabteilung schafft. So gesehen, ich will mir natürlich unbedingt ein Spiel von Presseseite aus anschauen. Aber nicht im Allianz-Stadion, sondern im wunderschönen Lagenfurter-Wörthersee-Stadion. Auf Wörthersee-Stadion heißt es, ja. Ich bin aber dafür, dass wir vielleicht unser Ticket-Fiasco noch ein bisschen näher bringen. Nein, aber du hast mal diesen Witz jetzt verstanden. Ich will eben nämlich anders reingehen in die Frustration Rapid Wien, weil ich habe ja als Geschenk bekommen, diese Wappenzeremonie. Zum Geburtstag. Herr Bartl, alles Gute zum Geburtstag. Ja, das ist Herr Bartl, da müssen wir jetzt nochmal ausholen. Okay, holen wir da noch raus. Ich war am 9.4. in Wien heute zu sehen, da hat mich der ORF begleitet für meinen Marathon. Das hat sich lustig ergeben, der ORF, being der ORF, über den wir schon gerne geredet haben, hat aber nicht die Nötigkeit gesehen, mich öfter nach meinem Nachnamen zu fragen. Und haben Bartl gehört und erfahrene Zuhörer, Zuhörerinnen und divers wissen, dass ich hier unter Nuschel. Und wenn ihr damit struggelt, struggeln sich ja andere Leute auch damit. Auf jeden Fall haben sie mich dann Johannes Bartl kurzerhand genannt. Johannes Bartl, Munke, Mann, eine ganz, ganz große Legende. Ein wilder Kerl. Wirklich, verwandt mit Maximilian Störek. Ja. Auch eine kranke Legende. Er holt immer den Most. Er holt immer den Most. Oder Bartl den Most holt, das weiß nur er. So, deshalb ist dieser Mann, Johannes Bartl, eine kranke Legende. Und genau, er hatte auch Geburtstag. Ich hatte auch Geburtstag. Letzte Woche, muss man sagen. Freitag. Also, wenn ihr das hört, ist sein Geburtstag fünf Tage her. Ja. Ja. Falls ihr noch nicht gratuliert habt, es nachholen, dringend. Ich bin gespannt, ob der am Mittwoch noch irgendjemand schreibt. Also halt heute. Ja, wahrscheinlich in die Kommentare. Verwirrend. Ich schaue rein mittlerweile, seitdem ich weiß, dass es das gibt. Fair enough. Und diese Möglichkeit hast du bekommen, weil du Mitglied auch bist. Genau. Zahlendes Mitglied. Seit Jahren schon. Zahlendes Mitglied. Ich glaube, das habe ich mir gemacht damals, als wir gegen Inter Mailand in der Euroblick gespielt haben, damit nicht Tickets bekommen. Wo man jetzt, ich weiß nicht, welche Saison das genau war, aber man kann, wenn es einen interessiert, so gesehen zurückschauen, seit wann ich Mitglied bin. Ja. Und eben als Mitglied hat man für besondere, oder halt für die meisten Spiele Vorverkaufsrecht, was halt besonders interessant ist bei Spielen, wo viel Fanandrang ist, zum Beispiel ÖFB-Cup-Finale. Zum Beispiel ÖFB-Cup-Finale. Aber eben die Frustration Rapid Wien beginnt damit, sie schenken mir diese Ehre, das Wappen da aufs Feld zu tragen. Aber es ist nicht mal ein Ticket dabei. Also ich habe ein Ticket kaufen müssen, was ist ja eh wurscht, weißt du. Aber die hätten mich einfach heimgeschickt dann. Das ist schon hart. Das glaube ich aber nämlich nicht, weil nur für die Leute, die in dem Block West, wo ja unser Sektor dabei war, gehen, die mussten außen herum. Die anderen sind im Stadion herumgegangen, die wurden nicht nochmal kontrolliert. Das heißt, hätte ich gesagt, ich sitze auf der Allianz-Tribüne, die West eigentlich ist, weil die West ist eigentlich im Süden. Ja. Also das ist nicht die Visavi, sondern eine Längsel. Das ist die Nord- oder Südtribüne, die nicht die West ist. Ja. Muss man nicht verstehen. Egal. Die wurden nicht nochmal kontrolliert. Also ich glaube, man hätte sich das schon zwindeln können. Aber ich fand das schon ein bisschen dreist, dass sie sagen, ja, also Ticket ist nicht inkludiert, kannst es gerne raustragen, aber dann wieder heim. Frustration Rapid Wien. Damit sind wir jetzt bei dem, was du antesten wolltest. Genau. Oder nicht erklären wolltest. Erklären wollte, ja. Es ist nämlich so, dass es praktisch, es gab einen freien Verkauf, es gab Tickets für den Rapid-Sektor. Ja. Und es ist dann praktisch gestaffelt, in welchem Status man als Fan hat. Also kein freier Verkauf. Kein freier Verkauf, genau. Also Status ergibt sich so praktisch, die, die in der ersten Phase schon kaufen dürfen, müssen entweder Mitglied plus Abonnent sein oder ein Auswärts-Abo haben. Das ist die erste Phase. Zweite Phase sind dann Abonnenten oder Mitglieder. Dritte Phase wäre dann der komplett freier Verkauf. Jetzt ist es so, oder so gewesen, dass sehr, 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 also 12.000 Tickets hat jedes Team als Kontingent bekommen und zum Wochenende hin, zum letzten Wochenende hin, hat dann Rapid bekannt gegeben, ja, es gibt nur noch ganz, ganz wenig Karten, die praktisch überhaupt in die zweite Phase erst kommen, wo Abonnenten oder Mitglieder ein Vorverkaufsrecht haben oder Vorverkaufsrecht haben. Weil jeder zwei Tickets kaufen durfte. Genau. Und ja, so kam es dann, dass, also wie wir gehört haben, gab es letztes Jahr auch ein bisschen ein Fiasko bei diesem Verkauf. Dementsprechend haben sie gesagt, dieses Mal um 11 Uhr, am Sonntag, wird es die letzten Tickets ausschließlich im Fan-Corner beim Stadion geben. Mhm. So. Wir, also der Joey und ich, eher der Joey, weil der noch viel früher da war, haben wir gesagt, passt, wir gehen da hin, wir stellen uns an. Und sicherheitshalber gehen wir halt auch ein bisschen früher schon hin, nicht erst um 11, damit wir einfach Karten bekommen. Ein bisschen früher. Ein bisschen früher. Ich war um 8 Uhr 18 dort. Ich war um 8 Uhr 18 dort. Es war bereits eine Schlange von, sagen wir, 60, 70 Personen. Im Endeffekt hat es dann so ausgeschaut, vielleicht sind auch Leute dann dazu gekommen, so wie du bei mir dazu gekommen bist. Wahrscheinlich war es zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut besucht. Es glich der, in einer sehr abgespeckten Form, einem Kartenverkauf für ein Taylor Swift Konzert. Also es waren wirklich Leute gecampt dort, die waren um 3 Uhr in der Früh da. Ich habe nicht gedacht, dass es so ernst ist, was daran auch liegt, dass der SG Rapid Wien es nicht für nötig hält, zu schreiben, ja wir haben 40 Karten noch, sondern nur wir haben ein kleines Kontingent. Also das ist ja schon mal die erste Fehlkommunikation. Gut. 8 Uhr 18 steckt da. Ich schreibe dir Pauli, ja, also ich glaube, dass die Karten sich schon rausgehen. Passt. Pauli kommt irgendwann, 10 Uhr irgendwas. 11 Uhr gehen die Kassen auf. Also es wird hochgekurbelt und die letzten Karten werden verkauft. 10 Uhr 55. Wir haben auf die Uhr geschaut, es war wirklich genau 10 Uhr 55. 5 Minuten bevor das passiert. Und dann kommt ein Haberer von Rapid raus und sagt, ja also, ich will jetzt nichts sagen, aber das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Genau, er geht halt so praktisch zu einem Teil der Schlange und ist halt so, ja ab hier wird es wahrscheinlich sich eher nicht mehr ausgehen, es tut mir sehr leid, ich weiß es steht jetzt alle schon lange da, bla bla bla. Und also man muss dazu sagen, es waren ja hinter uns auch sicher nochmal 300 Leute. Ja locker. Und die da halt auch sicher schon zumindest 100 extra nochmal seit 9 Uhr wahrscheinlich da gestanden sind zumindest. Wo man sich echt fragt, die sehen ja davor schon, dass da so viele Menschen stehen. Und man würde meinen, sie wissen, wie viele Tickets sie haben. Genau, man würde meinen, okay, sie wissen, wir haben jetzt noch, sagen wir, 110 Tickets. Pipapo. Ich glaube, es sind deutlich weniger als 100 Tickets, um ehrlich zu sein. Und da stehen halt jetzt schon 50 Leute, wir gehen einmal davon aus, dass jeder zwei Tickets kaufen wird. Gut, alle, die danach kommen, lass halt von mir aus noch 10 Leute extra und sagst, okay, bei denen bist du nicht sicher. Und dann sagst du einfach, ab da. Ja, oder verteil halt Nummern. Ja. So, wir haben 40 Nummern, 1, 2, 3, 4, bla 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 und so halt, bis ich 40 bin. Genau, und halt wirklich so dieses, 5 Minuten davor, du musst da ewig stehen, obwohl es eh schaust. Also man muss dazu sagen, wo wir dann, wo es dann wirklich, wo sie gesagt haben, leer, waren glaube ich noch so 100 Leute gefühlt vor uns in der Schlange. Ja. Also da waren wahrscheinlich Leute schon um 7 in der Früh da und haben dann keine Karte bekommen. Und da fragst du dich dann schon, da stehst du 5 Stunden da rum und die schaffen es einfach. Ja, um 7 Uhr bist du 4 Stunden gestanden. Da stehen 4 Stunden. Sag ich nur. Na, Adam Riese. Aber es, auf Wilhaben habe ich gesehen, hat einer geschrieben, er ist 4,5 Stunden gestanden und hat es nicht bekommen. Also halb 7 da gewesen, bist du wahnsinnig. Und das finde ich einfach dreist. Ja, ich finde es okay, dass um halb 7 niemand bei Rapid ist, okay. Ja, eh, aber dann halt um 8 oder um 9 oder so, siehst du das doch schauen und kannst sagen, ja Leute, wir haben 20 Karten noch, das geht nicht. Das reicht sich wieder. Ja, das kannst du ja nett kommunizieren. Ja, sicher. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass von diesen früh verkauften Tickets viele durch Freunde und Wirtschaften wo hingegangen sind und ich sage gleich vorweg, liebe Rapid Szene, ihr seid in ganz vielen Belangen großartig und ihr habt es euch ganz, ganz viel mehr verdient, als der Pauli und ich, dass ihr Tickets habt für das ÖFB-Kampffinale. Das steht hier außer Frage. Das ist mir vollkommen bewusst, das passt auch. Es ist für mich auch okay, wenn ihr irgendwelche Spezies aus Nürnberg und aus, weiß ich nicht, Griechenland und was auch immer, Fanfreundschaft, die halt nicht zu jedem spielen kommen, das Team mitschauen. Das ist auch okay. Es ist auch okay, wenn die Freundin mal mitkommen soll, es ist mir alles wurscht. Was mich wirklich ärgert, ist, dass halt direkt Tickets auf Wilhaben zu finden waren. Das finde ich auch extrem dreist. Also wirklich für horrende Preise schon. Ja. Bevor überhaupt praktisch alle Tickets weg waren. Und also das finde ich, dass man da auch als Papier nichts macht. Und dass halt bevor zahlende Mitglieder, wie ich das bin, eine Chance bekommen, das, also da zockt ihr ja eure eigenen Leute ab damit. Ja, das finde ich auch, das finde ich auch der Chance. Und dann am Ende, keine Ahnung, hast du halt einen vielleicht nicht ganz vollen Sektor, weil halt vielleicht nicht jeder auch bereit ist, dann irgendwie 400 Euro davor für ein Ticket zu zahlen. Und letztes Jahr war es ja auch schon so, dass wir dann, wo wir im Marsch praktisch waren, am Weg zum Stadion in Klagenfurt, wahnsinnig viele Leute gefragt haben, ob wir noch Tickets brauchen, weil Leute abgesprungen sind, krank geworden sind, whatever, was ja alles passiert. Wir sagen ja auch nicht, wenn zwei Tage vom Spiel irgendwelche Tickets auf Willhaben kommen, dann ist halt wer krank geworden. Ja, also ich verstehe auch ein bisschen, wenn man sagt, ich verkaufe die Tickets um 10 Euro teurer, weil ich muss da dann irgendwo hinfahren oder so als Aufwandsentschädigung oder whatever, aber sich dann halt praktisch so arg in den eigenen Bereichen und sich da irgendwie die Reise finanzieren oder was auch immer, finde ich auch nicht okay, muss nicht sein. Das ist Abfuck, ja. Also viele Leute haben mehr Anspruch als wir, vollkommen in Ordnung. Es ist nicht so, dass wir zu keinem Spiel gehen oder so. Ich bin Mitglied, aber es gibt Sachen, die einfach nicht okay sind und dass es eben Willhaben ist nicht okay und es ist nicht okay von Rapid, dass man erstens nicht Bescheid gibt, wie viele Tickets gibt es überhaupt, weil dann stehen ja auch nicht so viele Leute in der Schlange. Wenn ich um 8 Uhr komme, sehe vor mir, weil ich glaube, es waren deutlich unter 100 Tickets, dass so viele Leute wie vor uns schon nichts bekommen haben, glaube ich, das geht sich nicht aus. Und ich weiß, es gibt überhaupt nur 40 Tickets und ich sehe schon 40 Personen vor mir, dann gehe ich wieder. Ja. Dann sage ich, das geht sich nicht aus. Und dann stehen auch nicht hinter uns noch 300 Personen. Ja, ja, weil halt niemand in irgendeiner Form informiert worden ist. Genau. Ob sowas wie so oder nicht. Auch, sie haben das ja nur irgendwie über Facebook bekannt gegeben oder auf der Homepage. Ja. Also auch nicht Instagram oder Mail geschrieben oder so. Nein, gar nichts. Und dann um 10.55 Uhr rauskommen. Ja, ich finde es auch. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil ich denke mir halt, das ist doch der größte Verein in Österreich, zumindest was das Fan-Aufkommen angeht. Und da kann man sich dann schon ein bisschen erwarten, dass gerade in Richtung Fans das vielleicht besser organisiert wäre und dass man da vielleicht ein bisschen mehr Rücksicht auch nimmt auf die eigenen Fans. Also, ja. Und ich würde sagen, damit belassen wir jetzt auch wieder diesen Road Rage. Wir waren da noch im Stadion. Haben ein 1-1 gesehen. Es war ein müder Kick, der natürlich trotz allem auch ein bisschen von unserer Erfahrung am selben Tag ein bisschen überschattet war. Nein, für mich zumindest. Ich war schon ein bisschen so, boah, rapid. Ja. Geh jetzt wirklich nicht am Arsch. Ja, es war, ja. Der Theo hat mir dann auch noch am Abend geschrieben, ob ich am 24.4. Bock habe gegen den Sturm zu gehen. Ich habe gesagt, bitte schreib mir morgen nochmal. Heute habe ich gesagt, ja, ich habe Lust. Aber gestern Abend habe ich mir wirklich gedacht, Mann, das, na, ich will gerade nie wieder. Nein, nicht nie wieder, sondern ich will gerade einfach nicht an Rapid denken. Ja, verstehe ich. Wir gehen mir gerade wirklich am Arsch. Passt. Und ich würde sagen, damit gehen wir von der einen Enttäuschung zur nächsten, für mich zumindest. Okay. Ist ja noch eine Enttäuschung, wenn du damit schon seit Wochen rechnest. Es ist ihnen. Also, ich meine, jetzt wo es fix ist, wir gratulieren ganz herzlich Bayer 04 Leverkusen zum ersten Meistertitel in der Geschichte dieses Vereins. Ja, krass. 120 Jahre oder so. Nie wieder Vizekusen. Nie wieder Vizekusen. Naja, ich meine, ja, sie haben einen Titel geholt. Du kannst immer noch Vize werden. Na klar. Aber, ja. Aber halt dieses, der ewige Zweite sozusagen, der nie was gewinnt. Der ewige Zweite sind sie nicht. Der sind sie nicht. Sondern sie sind ein überragender Erster. Sie sind ein wirklich unfassbar überragender Erster. Nämlich, sie haben immer noch die Möglichkeit, eine absolut historische Saison im europäischen Fußball zu spielen. Nämlich, sie könnten, zwar nur das kleine, aber sie könnten das kleine Triple holen, in jedem Bewerb umgeschlagen. Das gab es noch nie. Das gab es noch nie. Das gab noch keine englische Mannschaft geschafft, noch keine spanische, kein Barcelona in ihren Zahlen. Das hat auch niemand in einem großen Triple geschafft. Also, das gab es überhaupt noch nie. Nicht, dass es nur sehr spezifisch aufs Kleine, dass es nicht so ein, an einem Dienstag hat noch nie jemand so getroffen, sondern das, also, sowas ist noch nie zu Stalin gekommen. Ja, also, immer noch die Möglichkeit auf eine historische Saison. Und, ja. Also, es ist schon eine, für den Verein natürlich schon eine historische Saison, es ist der erste Meisterteam. Und, ja, also, in überragender Manier, 15-0, Bremenberg geschossen. Hast du schon, hast du es dir angeschaut? Ich hab's mir nicht angeschaut. Also, Granit Xhaka schießt schon ein geiles Tor, aber Flo Wirtz, Festspiele, bist du Der Typ ist generell ein Baller, ganz ehrlich. Der Junge, jetzt mal ganz, wir reden über Ballon d'Orshouts. Leverkusen schafft das Kleine Triple. Okay, egal, ob sie dir jetzt ein Spiel verlieren oder nicht. Und Deutschland holt die EM. Flo Wirtz. Flo Wirtz hat einen ganz großen Call. Ja, fair enough. Aber ich glaub halt einfach nicht, dass so ein kleiner Spieler, also ich hab das jetzt unter Anführungszeichen gesetzt, das Klein für alle Nicht-Video-Zuschauernden, einfach chancenlos ist. Also, ich glaub, da ist schon wichtig auch, dass man bei einem großen Verein, ich mein, Leverkusen hat wahnsinnig viel, also erreicht gerade viel. Aber würde ich immer noch als einen eher kleineren Verein... Eben, aber wenn er dann all diese Titel holt und er spielt eine kranke Saison und wird Europameister, dann ist es halt mehr als erst nur bei einem kleinen Verein. Ja, also wie gesagt, der Call ist auf alle Fälle da, aber ich seh halt einfach, oder ich hab das Gefühl, dass beim Ballon d'Or schon einfach der Name viel zählt. Und dass man auch bei einem, also mittlerweile einfach, ich mein, er hat eine gute Position, er spielt offensiv, damit hat er auf alle Fälle mal bessere Chancen als einen Rodri zum Beispiel, der es ja sehr verdient gehabt hätte, den letzten Ballon d'Or zu holen. Das hab ich oft genug schon gesagt. Der Erste war ich, der das gekallt hat. Aber ja, ich weiß einfach nicht, ob Leverkusen und, wie alt ist er, 19, 20, 21? Ich glaub, er hat die 20 schon dupont. Ja, also wie gesagt, den Call hätte er, verdient wäre es wahrscheinlich auch. Ja, wir werden eh sehen, ob sie es überhaupt schaffen. Ja. Ich rechne fix mit einem Double. Ja. Also alles andere wäre wild. Ja. Wenn Kaiserslautern los wäre es. Ich hab ja dich unterhalten den ganzen Nachmittag, bevor es fix war, dass ich Meister werde. Damit, dass ich... Leute, die mich jetzt seit mittlerweile über einem Jahr, die mir zuhören, haben das sicher schon mitbekommen. Leute, die mich persönlich kennen, wissen das. Ich bin jemand, ich gönne schon Leuten. So bin ich nicht. Aber ich gönne mir viel mehr einen Spaß. Ich gönne das Leverkusen. Sie haben eine krasse Arbeit geleistet, sie haben coole Spieler, sie haben wirklich einen sympathischen Coach, was ich nicht verstanden hab, by the way, ist, warum keine Meisterschale in diesem Stadion war. Also die Bilder, die ich gesehen hab, sind die alle mit so einem Kartonteller unterwegs. Ich weiß halt nicht, ob du die nicht offizielle erst am letzten Spieltag gemacht bekommst. Ich weiß, das ist... Vielleicht. Finde ich ein bisschen random. Wie haben sie das eigentlich letztes Jahr gemacht? Dann muss es wahrscheinlich in Dortmund... Ich hab dort ein Replika. Okay, da hat es zwei. Eine in Dortmund und eine Replika bei den Bayern. Okay. Naja. Hätte man eigentlich das Original von Anfang an, wenn man diese Vereine sich in den letzten Jahren anschaut, bei den Bayern lassen kann, aber ist ja wurscht. Ja. Ich hätte es sehr lustig gefunden, einfach so als Joke, als objektiv lustiger Joke, wenn ein Verein der Vizekusen heißt, es irgendwie schafft, diesen absolut zu diesem Zeitpunkt schon sicheren Meistertitel zu verspielen, vor allem mit dem ganzen Hype, den sie generieren, mit irgendwelchen Schildern als Xabi Alonso Allee und dann Rudi Völler, der sich hinsetzt und so, niemand wird mir Vizekusen sagen. Es wäre einfach objektiv sehr lustig gewesen. Wenn sie es zumindest nicht schon am Sonntag geschafft hätten, weil wenn du dir die Bilder von vorm Spiel anschaust, haben wir in Wahrheit schon eine Meisterfeier geschmissen, bevor das Spiel überhaupt begonnen hat. Das stimmt, ja. Wie lange kannst du das durchziehen, glaubst du? Also so diesen Hype auch halten. Nach der dritten Woche, wo du es dann nicht schaffst, bist du wahrscheinlich so, okay, jetzt chillen wir mal. Jetzt machen wir nicht mehr komplette Party. Weil es hätte ja nicht sein müssen. Also wenn sie X gespielt haben, wären sie nicht Meister gewesen. Stimmt, sie haben einen Sieg gebracht. Sie haben einen Sieg gebracht. Auch mit einer Niederlage. Hätten sie wahrscheinlich nicht gehabt, aber dann ist es so, okay, X und dann nochmal X wäre sich auch nicht ausgegangen. Und dann wären sie beim nächsten Heimspiel, hätten sie das nochmal machen können, glaubst du? Ja, also ich glaube, irgendwann hätten die Fans vielleicht einfach aufgehört und das ein schlechtes Omen genommen. Ja, ja, das wäre interessant, mal zu wissen, ab wie viel Spiel denkt man sich, ich komme mir schon ein bisschen blöd vor eigentlich. Lachen wir es mal lieber. Aber ich glaube, dass du es spätestens nach dem dritten Mal, glaub ich, machst du es nicht mehr. Also beim zweiten Mal machst du es safe noch. Ja, auf jeden Fall. Sie haben eh 5-0 gewonnen. Sie haben Bremen absolut paniert. Beim 4-0 sind die Leute schon aufs Feld gestürmt. Konnten auch ein bisschen beruhigt werden. Beim 5-0 sind schon Ordner mitgestürmt. Die Bilder sind sehr lustig. Das ist richtig geil, ich fiel den Ordner. Und darum, es sei ja wirklich allen gegönnt, es wäre halt anders auch sehr lustig gewesen. Ja, vor allem, weil es halt schon wach ist, also es gibt ja jetzt Kinder, die ins Gymnasium gekommen sind, die jetzt das allererste Mal einen neuen deutschen Meister praktisch erleben, der nicht FC Bayern München heißt. Ja. Also es ist schon auch wild, dass es so jemand, der halt, keine Ahnung, jetzt 11 ist, ist so wow, es geht doch anders. Jetzt kann es gar nicht anders gehen, ja. Mein Papa hat mich nicht eingelogen, dass es mal auch andere Meister gab. Ja, also ich glaube, overall, extrem verdient, was ich spannend finde, fände, ob sie es jetzt in der Liga noch schaffen, weil ich glaube, 4 Spiele sind es jetzt noch, oder 5? 5, glaube ich, im 29. Spieltag haben sie es fixiert. Genau, ob sie es noch schaffen, ungeschlagen zu bleiben oder ob jetzt einfach praktisch schon mit dem fixierten Meistertitel einfach die Spannung wegfällt. Das Ding ist halt, sie sind in den anderen Bewerben noch, das heißt, sie haben irgendwo eine Grundspannung zu halten, weil sie führen 2-0 in der Europa League gegen West Ham, kommen da, naja, es ist in London bei West Ham sicher schwierig, kann sich auch noch drehen, aber sie haben die richtig paniert im Hinspiel. Aber da ist so eine Grundspannung, du weißt, du hast den Cup-Final noch, da ist so eine Grundspannung. Also vielleicht ist das etwas, was ihnen ein bisschen hilft. Ja, also bleibt spannend auf alle Fälle. Weil ich denke mir, also ich weiß nicht, was das halt für ein Ansporn oder für eine Motivation für einen Spieler oder eine Mannschaft ist, einfach so einen Rekord halt dann aufzustellen, dass man sagt, okay, wir sind dann die Ersten, die umgeschlagen. Ja, sicher ein bisschen. Ja, glaube ich auch, also ein bisschen sicher, aber halt, ich kann mir auch vorstellen, dass Xavi Alonso dann viel rotieren wird in der Liga, weil es eh nicht um nichts mehr geht. Ja. Okay, man lässt ein paar Burschen ran, die halt sonst vielleicht nicht so zum Zug kommen und ein paar Jungen, dass das dann vielleicht sich irgendwie auswirkt. Sicher gut für sie, dass sie heute nicht gespielt haben. Ja. Die werden sicher auch nicht ordentlich verkatert gekommen. Ja, das mit Sicherheit. Aber ich glaube, wir haben auch heute Trainings frei. Also heute Montag, ihr wisst, wir nehmen nicht den Mittwoch aus, wenn die Folge rauskommt. Ja, darum werden die Folgen auch immer länger, weil immer mehr passiert. Ich würde noch sagen, Titelkampf in England sollten wir noch kurz machen, auch wenn das schmerzt. Und dann müssen wir eigentlich noch irgendwie passieren lassen, die Champions League. Ja, let's go. Titelkampf in England. City gewinnt erwartungsgemäß am Samstag 5-1 gegen Luton. Das hat wirklich niemanden überrascht. Nein. Am Sonntag verliert zuerst Liverpool zu Hause. Ich glaube, dem das letzte Mal gegen Leeds 2021 in der Liga zu Hause verloren. Also 22 ist sehr, sehr lange her. Ja. Verlieren sie gegen Oliver Glasners Crystal Palace. Hat Van Dijk sein erstes Heimspiel jetzt verloren? Also in der Liga hat er eins davor verloren. Okay. Gegen Leeds. Okay. Jesse Marsch als Trainer damals. Jetzt Oliver Glasner. Man könnte sagen, Trainer, die sich in der österreichischen Bundesliga bewiesen haben, wissen, wie man Virgil van Dijk in Enfield besiegt. Ja. Also das ist auf jeden Fall die Schnittmenge, die ich da habe. Die ist gegeben auf alle Fälle. Gibt mir genau dieses Ergebnis. Ja, Oli G, Masterclass. Ja. Also Gratulation. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ein Österreicher was Gutes macht. Also in der deutschen Bundesliga auch kreuz und quer viele österreichische Torschützen. Ja. Also sowieso eigentlich oft. Naja, aber diesmal war es echt viel. Ich meine, Sabitzer Doppelpark gemacht. Sabitzer Doppelpark. Hedrick, ziemlich wie ein Elfer zurückgegeben, das war ein bisschen dubios. Maxi Wöber hat getroffen. Philipp im Wehner hat getroffen. Onisivo hat getroffen. Also es ging schon rund. Okay Jungs. Aber bleiben wir in England. Bleiben wir in England, ja. Und dann später am Sonntagabend, ich glaube, da lasse ich lieber dich sprechen. Am Sonntagabend, also zu diesem Zeitpunkt ist es so, City hat gewonnen, hat 73 Punkte, Liverpool hat verloren, hat 71 Punkte, Arsenal muss noch spielen, hat 71 Punkte. Arsenal spielt gegen Aston Villa, rotiert im Vergleich zur Champions League, Kai Havert startet wie der Mittelfeld, etwas, was schon die ersten zehn Spiele nicht funktioniert hat. Erst seit er im Sturmzentrum ist, funktioniert der Kerl. Ja, weiß ich nicht warum. Sie spielen 0-0. Ich habe das Spiel natürlich nicht gesehen, weil ich im Stadion war. Das haben wir ja eh schon erwähnt. Und verlieren 2-0. Verlieren 2-0 und das heißt, wir haben jetzt eine Situation City, 73, Arsenal, zweiter Platz, Tordifferenz einfach besser als die von Liverpool, 71, Liverpool auch 71. Jetzt ist es am Papier noch sehr spannend. Ja, du hast gestern aber schon gemeint, es ist entschieden. Ich habe es mir nochmal angeschaut. Ja. Ich sehe eine Möglichkeit noch, wie sich das wenden kann. Und zwar City, Bayern Spurs. Na, das, ja, okay, vielleicht, da sehe ich vielleicht zwei Möglichkeiten, aber das ist eine nähere Möglichkeit. Was jetzt ist, ist nämlich am Wochenende, nächstes Wochenende, spielen Liverpool und Arsenal in der Liga. City spielt im Cup. Cup-Halbfinale. Wenn Liverpool und Arsenal gewinnen, sind beide ein Punkt vor City. City hat ein Spiel weniger. Dann aber am nächsten Spieltag spielen Liverpool und City und Arsenal, aber Liverpool und Arsenal vor City. Wenn da Liverpool und Arsenal nochmal gewinnen, sind sie vier Punkte vor City, wobei City zwei Spiele weniger haben, weil sie würden ja am selben Spieltag noch spielen und das Nachtragsspiel wegen des Cups. Aber dann hast du den Druck maximiert. Und ich kann mir vorstellen, dass mit diesem maximalen Druck zwei Leute einholen zu müssen, also zwei, viele Leute, zwei Teams, dass sie dann vielleicht ein X spielen. Und ein X reicht, dass es alles wieder punktegleich wäre. Und dann hätten alle drei Teams Punkte gleich, aber Arsenal und ich glaube Liverpool auch hätten eine bessere Tordifferenz als City. Also ich sage jetzt, meine persönliche Hoffnung ist, dass es im letzten Spieltag alle drei Punkte gleich sind und dann alle drei einfach nur versuchen, so viele Tore wie möglich zu schießen, dass sie ja die beste Tordifferenz haben. Und dann hast du vielleicht einmal einen zweistelligen Sieg oder sowas. Aber dann wirst du halt auch hinten offen im Normalfall. Ja, ja. Wenn du nur auf Tore gehst. Aber es würde mich schon mal interessieren, was passieren würde, wenn echt so ein, was ja alle drei richtig, richtig starke Teams mit richtig starken Offensiven, wenn die echt 90 Minuten einfach auf Teufel komm raus so viele Tore wie möglich schießen müssen. Also wenn du echt sagst, okay, es reicht uns jetzt nicht ein 5-0, es muss schon ein 8-9-0 werden, so damit wir noch irgendwie Meister werden können oder so. Ja, ich meine, man muss davor auch sehen, mit was für einer Tordifferenz gehen die rein. Ja, also ich glaube Stand jetzt oder für der Hausnacht die beste. Immer noch trotz der Niederlage gegangen. Ja, die haben halt davor alle 6-0 paniert, irgendwie drei, vier Spiele hintereinander. Also es gibt eine Slim Chance, würde ich sagen, dass es nicht City wird, aber sie ist schon sehr klein. Weil City hat einen leichten Run-In, hat leichte letzten, ich glaube es sind sechs Spiele noch, bis auf Tottenham, was ein bisschen ein Angstgegner ist. Aber das Ding ist halt, wenn sie einmal X spielen und die anderen zwei alles gewinnen, was schwierig ist, aber sagen wir, sie machen es, dann wäre es schon Punktegleichheit. Also es ist nicht so gemahnt, wie ich es gesehen habe, aber es ist ziemlich gemahnt. Ja, es ist angemäht. Es ist halt scheiße, dass schon wieder jetzt City mit diesem Vorsprung und dem Programm, das noch ansteht, halt vorne ist. Ja. Unangenehm. Und ja, dann lassen wir noch die Champions League der letzten Woche Revue passieren. Ja, ich würde sagen, ein paar sagen wir einfach das Ergebnis und ein paar machen wir vielleicht, also Atletico 2-1 gegen BVB gewonnen, müssen wir da mehr sagen? Nein. Nein, passt. Barca hat auswärts 3-2 gewonnen gegen PSG. Starkes Spiel von Barca. Ja. Wild, dass Dembele so gejubelt hat. Mhm, habe ich mir auch gedacht. Aber gleich, wie sich erwartet man es von ihm, oder? Ich finde auch, Dembele ist, glaube ich, der, der am wenigsten irgendwo seinem Verein gegenüber empfindet. Einfach ein Hund, der Typ. Ja, ich meine, er hat sich ja gefühlt, also bei Dortmund hat er sich ja so rausgestreikt. Er hat sich rausgestreikt bei, ich weiß nicht, wie es bei Barcelona war, ob das so sexy Ich kann mal davon nicht verlängern. Ja, keine Ahnung, aber halt ein unsympathischer Kicker auf alle Fälle. Ja, ein guter Kicker, oft verletzt, aber eben war auch bei Barca viel verletzt und die Fans haben zu ihm gehalten und die Spieler sind so mit O.Dembele, so viele Dembele, das haben die bei Barcelona nicht, weiß ich nicht, warum das O dabei ist, aber egal, T-Shirts raufgegangen aufs Spielfeld und haben so den Support gezeigt und dann jubelt er. Aber verstehe ich, warum Barca-Fans sau sind, ist es aber auch kein Spiel, wo wir beide so viel drüber reden müssen. Auf jeden Fall sehr viele Tore und die meisten Tore wurden geschossen am ersten Tag, wo in Madrid City 3-3 spielt gegen Real mit kranken, kranken Bangern. Wirklich kranke Bangern auf beiden Seiten. Also ich glaube, die hatten beide XG unter 1. Gefühlt auf alle Fälle. Nein, nein, wirklich, City glaube ich hatte 0,9 und Real hatte 0,7 oder so. Schade, das ist schnell nach. Also da war, die erste Halbzeit war Eier-Tore auf beiden Seiten. Ja, tatsächlich, Real hatte 0,66 XG und City hatte 0,89 XG. Na schau. Und es steht 3-3. Es steht 3-3, also das sagt eigentlich vieles auch schon über die Qualität dieser Tore, vor allem in der zweiten Halbzeit. Ja, richtig, richtig geile Dinger. Ja und dann eigentlich... Was heißt das, glaubst du, fürs Rückspiel? Ja, du hast schon gemeint, du glaubst, City wird es machen, weil sie dann zu Hause einfach da dann einen kleinen Vorteil haben. Und Rote hier halt keine Fußballspiele verliert. Ich glaube, es wird sehr spannend. Ich weiß nicht, ob das so eine Gmale wiesen ist. Es ist halt am Ende doch noch Real Madrid so und die können halt jeden biegen. Auch Manchester City zu Hause. Letztes Jahr wurden sie, glaube ich, 4-0 weggeschossen oder so. Irgendwie in die Verlängerung gehen, wenn ich es mir gerade so anschaue. Ja, und dann kommen wir, würde ich sagen, für uns, wichtigsten und eigentlich auch zu dem Spiel, das auch am meisten Gesprächsbedarf eigentlich danach hatte. Vor allem wegen zwei sehr strittiger Elfmeter-Szenen auf beiden Seiten. Zuerst, ich weiß nicht genau, wann das war, dass es in der 60. Minute herum gewesen sein, war das in der zweiten Halbzeit? Sagen wir mal, es ist 2-2 ausgegangen. Es ist 2-2 ausgegangen. Was die Bayern besser dastehen lässt als Arsenal. Auf alle Fälle, Rückspiel am Mittwoch, also wenn wir rauskommen mit dieser Folge am Abend in der Allianz-Arena. 2-2 für die Bayern wahrscheinlich die bessere Ausgangslage, vor allem. Sicher, vor allem unter dem Vorzeichen. Es gab keine Bayern-Fans. Bayern eigentlich außer der schlechten Phase, gerade gegen Heidenheim verloren. 15. Minute oder so, Arsenal führt 1-0. Ja. Genau. Arsenal hat aber auch durch Eigenfehler eigentlich die Bayern ins Spiel kommen lassen. Ja, auf alle Fälle, also ich finde, das Spiel war dann sehr ausgeglichen am Ende. Ich finde, das 2-2 geht voll in Ordnung, so wie es war. Eigentlich müsste es 3-3 ausgehen oder zumindest müssten noch zwei Elfmeter auf jeder Seite oder ein Elfmeter auf jeder Seite gegeben werden. Einer muss sein, das ist, weil Gabriel einfach den Ball in die Hand nimmt. Ich verstehe, dass es missverständlich ist. Es ist wirklich eine sehr kuriose Szene. Es ist nicht beabsichtigt, aber das ist halt wurscht. Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Und ich finde, diese Argumentation, das ist im Spirit of the Game... Vom Schiedsrichter muss man nur zusagen. Nicht nur vom Schiedsrichter, auch von genug Pandits. Scheinbar gibt es auch irgendeine Klausel. Man soll das mit Menschenverstand interpretieren. Aber ich finde, im Spirit of the Game ist, dass die Regeln, auf die sich alle einigen, so dürfen sie ja nicht teilnehmen, einfach eingehalten werden und durchgesetzt werden. Das ist wirklich ganz kurios. Ich glaube, der Goalie macht einen Abstoß, passt ihn ganz leicht zu Gabriel. Er irgendwie bereist nicht, dass das ein Abstoß war und nimmt ihn nochmal in die Hand und legt ihn sich dann wieder am Boden, um dann selber praktisch den Abstoß zu machen. Genau, weil Arsenal eigentlich immer in letzter Zeit so den Abstoß macht, dass er nicht Reihen macht, sondern ihm Gabriel. Und der Schiri hat aber angepfiffen. Was normalerweise scheinbar nicht passiert, aber weil er ein Wechsel war, hat er angepfiffen. Und drum hat irgendwie Gabriel scheinbar nicht gecheckt gehabt, oh, was passiert hier, bla bla bla. Er hat Pech gehabt. Das ist nicht gecheckt, er hat Pech gehabt, ja. So ist es halt. Also das sehe ich auch als Arsenal-Fan, das ist halt ein Elfer. Ja, und dann eigentlich ganz, ganz, ganz am Ende des Spiels, beim Stand von 2 zu 2, geht Saka allein aufs Tor zu oder trübelt sich in den Strafraum. Nein, nein, er kriegt einen Pass einfach. Ich glaube, da wird falsch eingeschätzt von Daya oder so. Neuer kommt raus, Saka möchte ein Neuer vorbei. Und dann kommt es halt zu einer, also er sucht, Saka sucht die Berührung, ist ja klar. Auf jeden Fall, klar. Es gibt auch eine ganz klare Berührung, Saka kommt zu Fall, der Elfmeter wird nicht gegeben. Am anderen Ende trifft Kingsley Coman die Stange. Genau. Das ist auch noch passiert. Das wäre halt, das wäre brutal gewesen. Ich sage, viele Leute sagen, ja, das ist nie ein Elfer, das kann kein Elfer sein, weil Saka sucht den Kontakt. Saka sucht den Kontakt ganz, ganz klar. Bei wahrscheinlich 80% aller Foul-Elfmeter, ich rede jetzt nicht von Handspiel oder sowas, bei Foul-Elfmeter, stellt sich der Gefoulete clever hin. Stellt seinen Körper rein, dass er ja gefoult wird. Also das ist ganz normal, dass du den Kontakt suchst. Er macht es ein bisschen stümperhaft, das stimmt schon. Gleichzeitig denke ich mir, wenn ich mit 30 keinem Hau oder was auch immer, dass der Saka halt hier läuft, einen Haken mache. Dass da mein Bein ein bisschen ausschlägt und Neuer macht ja den Schritt schon rein. Ich glaube, dass Saka so oder so zu Fall gebracht werden würde und das müsste ausschlaggebend sein, in meinen Augen. Ja, also ich meine, ich sehe es, dass man sagt, das kann ein Elfer sein. Also meine Meinung war direkt nach dem Spiel, ich finde, wenn du ihn pfeifst, kann man sich nicht darüber aufregen. Ich finde es aber auch so, wie es war, dass man sagt, wenn man nicht pfeift, finde ich es auch okay. Ich verstehe, warum er nicht zurückgenommen wird. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es ein klare Elfer ist. Ich verstehe, warum sich der WIA praktisch nicht einschaltet in dem Moment. Und dann denke ich mir halt, wenn der Schiedsrichter halt einfach, ich weiß nicht, wo er genau gestanden ist, aber wenn aus seiner Position halt einfach das Gefühl hat, okay, der geht mit seinem Bein so klar zum Tormann, dass er halt hinfällt und dass er dann in dem Moment halt sagt, okay, passt, kein Elfer, weil er sucht den Kontakt viel zu sehr. Finde ich halt random, dann gib halt eine Schwalbe auch. Ja, aber es ist ja keine Schwalbe, oder? Es ist halt auch ein Elfer. Ja, aber wenn ich Kontakt mit einem Gegner habe, kann ich dann, also ist es denn eine Schwalbe? Ja, aber er sucht ihn ja so sehr. Das ist ja die Argumentation, dass Saka hat ihn so sehr gesucht, darum ist es kein Elfer. Ja, es war generell, kann man sagen, hoffentlich pfeift dieser Schiedsrichter kein Spiel auf dem Niveau mehr. Er hat ein bisschen überfordert gewirkt. Also auch eben die Aussage zu dem Gabriel-Ding, ja, sowas pfeife ich, so einen Kindergartenfehler pfeife ich, in einem Champions League vierteltenaher nicht. Ich weiß nicht, pfeif es im Kindergarten nicht, weil das sind fucking Kinder, die es nicht checken, Mann. Aber das sind Profis, die Millionen verdienen dafür. Gerade da solltest du es pfeifen. Ich finde auch, das ist so auch wie ein falscher Einwurf oder sowas heute bei meinen Profis auch. Sorry, Mann, wenn du es nicht bockst, einen richtigen Einwurf zu machen, dann verdienst du den Ball halt nicht. Wird aber oft nicht gepfiffen. Ja, wird oft nicht gepfiffen, weil ich glaube, sie schauen halt auch nicht wirklich hin. Aber eben, also ich finde, dass du sagst, wenn es für Kinder gilt, dann muss es für die Profis umso mehr gelten. Also die Argumentation ist echt. Ja, also wirklich eher seit Kindern, hey, ich erklärst den noch einmal. Es gibt ja auch im Jungenfußball kein Obsides zum Beispiel. Ja, eh. Bei den ganz Kleinen, glaube ich, wird nicht mal mehr mitgezählt, wie viele Vektoren die machen. Da geht es einfach Spaß gegen Spaß. Ist auch in Ordnung. Am Ende hat jeder gewonnen. Aber das kann ich nicht sagen. Es ist, also es ist ein Dempott. Ich sage, es sind beides klare Elfer. Es geht 2-2 aus. Es ist eh wurscht. Sollen wir tippen für? Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal Barcelona. Ah ja, Entschuldigung. In der Europa League, Leverkusen 2-0, Liverpool aber 3-0 zu Hause, wirklich paniert worden. Also was da verteidigt worden, ist das kriminell. Also generell die englischen Teams nicht so stark dafür, wie sich die Premier League gerne im europäischen Vergleich sieht. Ja, was geil ist. Ja, auf alle Fälle. Ich weiß nicht, willst du Barca und Atletico die Spiele tippen überhaupt? Weil das sind die Dienstexpertien und jeder kennt das Ergebnis halt schon, wenn wir gehört werden. Also damit können wir uns halt im besten Fall einfach sagen, wir das, was passiert ist und im schlechtesten Fall sind wir fette Idioten. Ja, aber die wissen ja, wann wir, dass wir am Montag das predikten. Okay. Ja gut, ich sage... Also bei unserer letzten Prediction, die stimmt ja auch nicht. Es ist ja auch nichts gekommen davon. Ja, das stimmt. Ich sage, Atletico, Dortmund, Hinspiel war 2-1 in Dortmund oder in Madrid? In Madrid. Okay, das heißt, die spielen jetzt mit Dortmund und ich sage 2-1 für den BVB und in der Verlängerung, in der Verlängerung macht es der BVB und geht ins Halbfinale. Okay, crazy. Dann sage ich Barcelona, Paris 2-1 auch für Barca. Okay. Barca geht weiter. Magst du mal den Dienstag? Ja, also ich mache den Dienstag. Ich sage, es wird tatsächlich ein 2-2 zwischen Barcelona und PSG. Das heißt, Barca kommt weiter. Keine Ahnung, ich fand auch Rimbabwe einfach schwach. Vielleicht dreht er jetzt auf, wer weiß, aber Paris soll eh nicht weiterkommen, so lieber Barca weiterkommen, auch wenn ich sie auch nicht mag. Und ich tippe auch den BVB durch, aber ich sage, sie machen es mit einem 2-0. Okay. Dann Mittwoch, also jetzt die spannenden Tipps für euch, unsere liebsten Zuhörer, Zuhörerinnen und Divers. Ja, die können das auch am Donnerstag hören und dann ist es genau dieselbe Situation. Weil alle das sofort hören, wenn es rauskommt. Das stimmt. Sie können alle nicht warten. Sie lächeln alle danach, dass endlich die neue Folge, dass es kein Fußball kommt. Das stimmt auf jeden Fall. Bayern gegen Arsenal, ich glaube, die Bayern kommen weiter. Ich glaube, es wird wieder ein torreiches Spiel. Ich sage, die Bayern machen es mit 3 zu 92 Minuten. Ich sage, Arsenal kommt weiter. Nicht nur, weil ich Arsenal-Fan bin, aber sicher auch. Aber ein bisschen, weil die Vorzeichen jetzt genau andersherum sind. Es ist so, alle sind jetzt die Bayern in Favoritenrolle, da haben alle Arsenal in Favoritenrolle gesehen. Arsenal hat gerade verloren, Bayern haben gegen Köln gewonnen, 2 zu 0. Die einen sind irgendwie im Hoch. Irgendwie ist es so sehr umgedreht, dass ich sage, dass Arsenal das macht und mit einem 2 zu 1 weiterkommt. Okay. Aber ich kann es mir auch einfach schönreden, das kann auch sein. Wenn die Bayern weiterkommen, haben sie es sich auch verdient. Wir werden es sehen. Wahrscheinlich wieder gemeinsam. Ziemlich sicher. Dann haben wir noch das letzte Spiel, Real Madrid gegen Manchester City in Manchester. Ja. Ich sage 4 zu 3 für Real. Na, sehr was. Auch. Also nach 90 Minuten, aber halt so nach 97 Minuten. Also so 90 plus 7, 90 plus 6 fällt das 4 zu 3 für Real. 3 zu 1 City. 3 zu 1 City. Ja. Ich hoffe, du hast nicht recht. Ich auch. Ich hoffe auch, dass ich nicht recht habe, aber ich sehe es halt so. Was soll ich sagen? Ja gut, also wir sehen es auf alle Fälle wieder torreich. Relativ. Ja. Und... Ich erzähle dir zum Abschluss noch eine lustige Geschichte aus meinem heutigen Tag. Okay, mach. Ich habe heute in der S-Bahn einen Herrn gesehen und du als Selbsttätowierter bist quasi Experte. Mhm. Du kennst ja Gesichtstatus, gell? Im Gesicht. Jaja, so was Mike Tyson. Ja. Das hatte der Mann. Ja. Aber er hatte noch ein Tattoo an einer Stelle, das habe ich noch nie gesehen. Er hatte einfach seinen linken Nasenflügel tätowiert. Also, was? Ja, halt auch irgendeine solche Muster. Chaos. Mann, das war crazy. Den rechten auch? Das weiß ich nicht. Der ist so gestanden, dass ich nur den linken gesehen habe. Wild. Aber ich habe mich nicht getraut, Fotos zu machen. Das verstehe ich. Ja, Leute mit Gesichtstatus sind kriminell. Ja, ich denke auch, also... Also generell Leute mit Tattoo sind kriminell. Das auf jeden Fall, ja. Ich habe kein Tattoo. Ich schaue. Ich bin ein guter Bürger. Aber wie ihr seht, ihr seht nichts. Wow. Ja? Na gut. Aber auf jeden Fall, wenn ihr Tattoos an weirden Stellen habt... Schickt sie uns. Schickt sie uns, ja. Und wenn jemand Connection hat zu ÖFB Cup Tickets, schickt sie uns auch. Die Tickets. Oder die Connections. Wurscht. Und schickt sie uns generell irgendwas. Schickt sie uns Fragen, schickt sie uns Anmerkungen. Ja. Also wir würden ja echt gerne mal auch ein bisschen mit euch interagieren und wenn ihr irgendwelche spannenden Fragen an uns habt oder Themen, über die wir sprechen sollten, dann macht es das halt. Über Lazio habe ich echt geredet. Über Lazio? Ja, schau. Es zahlt sich aus, wenn man sich mit uns kurz schließt. Für alle. Für alle Beteiligten. Für uns. Für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und für alle fröhlichen Ohren, die das jetzt gerade gehört haben. Tschüss. Für alle Beteiligten.